Moin Buschhandwerker und Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Buschhandwerk YouTube Kanal. Dieses Mal geht es nicht wie sonst um Messer, sondern es geht um das Messerschärfen und speziell heute um das Schärfset, das 3er Standard Schärfset von Lansky. Das ist ja so eine recht bekannte Firma, die also viele verschiedene Schleif-Sets und auch viele verschiedene Schleifsteine herstellen. Ihr habt es gerade eben schon gesehen, wie das Ganze in der Verpackung aussieht. So sieht das Ganze dann aus, wenn man es in Verwendung hat und auspackt. Ich habe jetzt hier noch so ein Leder-Abzieh-Riemen mit dabei, der ist nicht im Lieferumfang mit enthalten. Aber der ist halt ganz praktisch, um einfach die Klinge dann am Ende nochmal abzuziehen, um dann wirklich die finale Schärfe rauszuholen. Woraus besteht das Set? Wir haben einmal das Schleiföl, dann die Messerhalterung, oben noch drei Stangen für die Schleifsteine, um die dann damit zu verbinden und dann eben drei verschiedene Schleifsteine, einen groben, einen mittleren und einen feinen Schleifstein. Das hier ist jetzt so eine Metallstange beispielsweise. Dann ist hier noch dieses Schleiföl dabei. Es sind also Ölsteine, keine Wassersteine. Das heißt, hier darf auch kein Wasser an die Steine kommen und wenn du die Steine reinigst, dann bitte auch nur mit Öl. Genau. Umgekehrt darf natürlich auf dem Wasserstein auch kein Öl drauf, sonst funktioniert das Ganze einfach nicht mehr. So sieht jetzt die Basic-Halterung für Messer quasi aus von Lansky. Es gibt auch noch Erweiterungsteile, die du dann, wofür du dann das Loch in der Mitte benutzen kannst, um beispielsweise also noch eine Tischhalterung kann man sich als Erweiterung holen, um das dann halt auf dem Tisch einfach hinstellen zu können und nicht in der Hand halten zu müssen. Genau. Die Schleifsteine sind ganz cool. Die sind halt sehr dünn, also von der Breite her, dafür schön lang und haben oben diese diese Einkerbungen für die Finger, damit man das Ganze dann beim Schleifen auch gut halten kann. Siehst du später aber nochmal. Hier sieht man jetzt auch schon, die sind auch schon ein bisschen verwendet worden und dieser graue Belag dann sind ja quasi Öl- und Metallspäne, die vom Messer abgehen. Das ist auch gar nicht schlimm. Wenn man die aber mal entfernen möchte, dann kann man einfach ein bisschen Öl auf den Stein geben, dann mit dem Finger einreiben und mit dem Tuch abtupfen. Und dann geht das wieder ein bisschen ab. Genau. Um jetzt das Ganze aufzubauen, einfach hinten die Stellschraube am Schleifstein aufdrehen, bis das Loch vollkommen geöffnet ist. Also die dreht sich da rein, um das zu verschließen. Dann kann man den Metallstab von unten durchschieben und dann am besten flach auf den Tisch legen. Mein Tisch ist jetzt hier relativ uneben, aber jetzt macht man das auf einem richtig geraden Tisch und dann den Metallstab also so weit nach unten drücken, dass er auf dem Tisch aufliegt und damit also plan mit dem Schleifstein in einer Linie liegt quasi. Dann halt natürlich noch gucken, dass er hier auch schön gerade ist. Das ist halt wichtig, damit der Winkel dann auch gehalten wird später, wenn man, oder bis der Winkel, den man einstellt, dann auch wirklich richtig ist, wenn man dann mit dem Messer schleift, also mit dem Schleifstein schleift. Genau. So, und ich mache das dann immer so, man könnte jetzt natürlich schon alle Steine vorbereiten mit den verschiedenen Metallstangen, die hier zur Verfügung stehen. Ich mache es einfach so, dass ich dann die Metallstange, die ich dann für den einen Stein verwendet habe, einfach tausche. Wenn man jetzt sehr professionell ist, könnte man hier einfach einen Schraubenzieher verwenden. Ich habe da noch so eine andere Schraube drin liegen, warum auch immer, mit der ich das einfach kurz aufdrehe. Und dann muss man halt einfach schauen, wie breit das Messer ist, was das für eine Stärke hat. Und soweit muss dieser Schlitz dann eben aufgedreht werden. Das ist jetzt übrigens hier das Bush-Handwerk Reaper-Messer. Das ist ja mein eigenes Messer quasi, was ich entwickelt habe. Link dazu ist natürlich auch in der Videobeschreibung. So, wenn dann die Schraube soweit aufgedreht ist, dass der Messerrücken hinein passt, dann ist in einem zweiten Schritt quasi das Feststellen dran. Und dafür kann man zum einen die Schraube vorne noch mal ein bisschen zudrehen, ist aber gar nicht notwendig eigentlich. Sondern man kann auch einfach nur über die rote Schraube hinten das Ganze dann zuspannen. Das funktioniert einfach so, dass beim Reindrehen die beiden Metallteile auseinander schiebt. Und dadurch, dass da vorne noch die Schraube drin ist, ergibt sich im besten Fall dann noch so ein Ankerpunkt, also so ein Scheitelpunkt quasi. Und dadurch wird das dann auf der anderen Seite wieder zusammengedrückt, wo das Messer dann drinnen liegt. Und so ist dann halt eben Druck aufgebaut und das Messer rutscht dann, wenn man es richtig macht, nicht mehr aus der Halterung raus. Wenn man jetzt natürlich noch diese Tischhalterung hätte, dann würde das Ganze jetzt einfach so auf dem Tisch stehen. Man müsste es nicht in der Hand halten. Wäre nochmal ein bisschen angenehmer. Aber als Standard Schleifset so in dieser Ausführung reicht das auch vollkommen. Jetzt hat man vier verschiedene Winkel, die man sich auswählen kann. Je nachdem, was man natürlich für ein Messer hat. Was das auch für ein Schleifwinkel hat, muss man halt ein bisschen schauen, welchen man da wählt. Und dann kann man einfach mit dieser Stange sich da quasi fest verankern oder sich den Winkel quasi einstellen und dann einfach von beiden Seiten immer über die Klinge fahren. Und so ergibt sich einfach, dass man immer denselben Winkel hat. Und das ist natürlich sehr praktisch, weil ich sage es mal ehrlich, also Schleifen ist jetzt nicht die angenehmste Aufgabe. Es gibt auf jeden Fall angenehmere Sachen, die man mit dem Messer machen kann. Und da ist es einfach schön, wenn einem da ein bisschen Arbeit abgenommen wird. Und man halt auch nicht jahrelang üben muss, bis man ein Messerschleifprofi ist und das da vollkommen drauf hat. Und genau den Winkel mit der Hand auch halten kann. Ist natürlich auch möglich und auch zu lernen und auch nicht so schwer. Aber mit so einem Schleifset weiß man einfach, dass es leichter geht. Und man kann sich auch sicher sein, dass man immer den gleichen Winkel hat. Das ist nochmal hier der feine Schleifstein. Der ist also dann vor allem der grobe Schleifstein, der rote im Hintergrund. Der ist schon ziemlich grob. Es gibt noch gröbere von Lenski, aber das ist schon mit einem 120er ist es, glaube ich, schon ziemlich grob. Der ist aber halt einfach toll, wenn man jetzt mal ein Messer hat, wo deutliche Macken in der Klinge sind. Ja, wo also vielleicht mal ein bisschen was ausgebrochen ist oder einfach die Klinge schön richtig kaputt ist. Dann kann man das mit dem groben Stein relativ schnell wieder richten, um dann mit dem Mittler und den Feinen dann wieder nachzuarbeiten. Wenn dein Messer aber eigentlich schon scharf ist, wie das Vypa zum Beispiel, dann muss man eigentlich selten zum groben Stein eingreifen. Dann reicht es eigentlich zum Nachschärfen aus mit dem Feinen oder sogar mit dem mittleren Stein eben. Einfach nochmal nachzuschärfen und einfach zu schauen, dass man da die Gebrauchsschärfe wieder herstellt und muss dann nicht quasi mit dem groben von von Null an wieder da eine Schneide ranbringen. Der Abbau ist natürlich genauso einfach wie der Aufbau und das Ganze wird dann wieder angenehm in der Transportbox verstaut. Dann nochmal ein Lederriemen oben drauf und genau. Das Öl reicht auf jeden Fall auch für eine Weile. Also man braucht da meistens nicht mehr als drei, vier, fünf Tropfen vielleicht auf dem Schleifstein. Und dann die ganzen nächsten Male ist der Schleifstein ja immer noch ein bisschen geölt, weil das Öl ja nicht so schnell eintrocknet, sag ich mal. Ja, und dann kommt man eigentlich auch ziemlich lange mit aus und kann dann schön seine Messer scharf halten, weil das ist ja durchaus doch recht wichtig, dass so ein Messer auch scharf ist. Einerseits natürlich, damit man sich nicht verletzt, weil man eben weniger Kraft aufwenden muss und halt auch einfach, damit man die Arbeit auch gemacht kriegt, die man sich vornimmt. Das war mein Video zum Lenski 3er Standard Schleifset. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, damit du keine meiner nächsten Videos mehr verpasst. Das war es soweit von mir. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.